Hallo liebe Archenjäger und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Defiance 2050. Wir machen mit der Hauptkrist weiter und zwar spielen wir die Verstorbenen, wo wir Nohlen und die Riese helfen, den Boah, wie heißt er nochmal, die Vera Nova Edelstein für Varos zurückzuschaffen. Ob er ihn überhaupt gehört hat, wissen wir nicht, wir wissen nur, es gibt angeblich 90.000 Scripps für jeden, der hilft, also Erisa, Nohlen und mich. Ja, dann legen wir mal los. So, also stell Kontakt zu Nohlen und Erisa her, um den Debira Nova Edelstein für Varos zu finden. Es gibt ein Sturmgewehr, 54.000 XP und 500 Scripps, alles klar. Cinematik! Du, wo ist der Stein? Nohlen und das Mädchen haben ihn und ich will ihn zurück. Sofort! Nimm ihnen den Stein ab und du kriegst ihre Anteile obendrauf. Ich lege die beiden auf! Oh Mann! Hier sind ein paar Orte an denen Nolan und das Mädchen sein könnten! Finde sie und ordentlich da hin! Ja, den tun wir aber nicht, das kannst du mal voll knicken, Kollege. Fahrzeug hier, aber zack! Fahren wir hier keufelt ein? Komm, wir fahren hier keufelt ein. Ich weiß nicht, was die beste Idee ist. Sieht nicht ganz so nach aus, aber egal, läuft schon. Kommen wir erstmal zu dem da. Der ist zur Luftlinie der nächste jedenfalls. Also nicht wirklich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir brauchen es halt nur gerade auszufahren, ey. Ja, das ist jetzt kein Kilometer. Das ist jetzt nicht so ewig, deshalb braue ich mal keinen Pitch rein. So, gleich da. So. Okay, ich freue mich. Wir müssen den nächsten Ort überprüfen. Ich reiß nicht in Stücke! Ja, mach doch mal einen Shotgun dazu, sag mein Freund. Also hier war schon mal nix. Nicht irgendwo drum. Nö. Bup. Weiter geht's. Ab zum nächsten Punkt, Leute. Habt ihr mich wohl verraten wollten? Und alles für sich behalten? Kein Glück. Ich hoffe, sie haben die Bay Area noch nicht verlassen. Nächstes Mal... Vielleicht vorher nachladen, oder? Oh, Mann. Irgendwie muss ich erst wieder ins Zocken gerühren, Leute. Hehe. Das ist der Anfang vom Ende des Ziel. Oh. Oh. Schlaft. Ich reiß dich in Stücke. Du bist erledigt. Ich reiß dich in Stücke. Ja, schieß doch. Und du? Und du? Was hast du? Hast du irgendwas? Danke. Das sollte ich nur bestätigt haben. Ja, wenn hier keiner ist, dann... Weiter geht's. Würden Sie bitte aufsteigen? Danke. Nio. Oh. Lass los, Quatt. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Hier sind sie nicht. Gehen wir zum nächsten Ort. Ich dachte, ich wäre ausgegangen. Tja. Es ist nur noch ein Ort übrig. Hoffen wir, dass sie noch dort sind. Danke. Alter. Da habe ich kurz nie aufgepasst. Ah. Jetzt der erste hier. Nee, du bist. Wow. Schwarzenegger Meta-Tornier. Das kann nur der Body richtig gut. Auch wenn ich es auch immer wieder versuche. Aber, buddy. Fahrzeug ist erst, Bro. Du bist der einzig wahre. Einzig wahre. Imitator von allem. Fahrzeug hier. Wow. Das war nur für dich. So. Oh, 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 oh. Fly up to the sky. So. Wen soll ich jetzt hier erschießen, bitte? Zu spät. Der Stein ist nicht hier. Und Nolan auch nicht. Geh und sag dem Penner Verus, dass er verloren hat. Ja, ey, ich bin... Doch nicht euer Feind, verdammte Kacke. Lass mich dir helfen, Irisa. Ich bin doch netten... Hier wimmelt es von Raiders. Falls ich nicht mehr leben möchte, dann... Na ja, nicht für ungut. Sprintet. Verdammte Hacke, wa? Wilde Hacke. Ahaha Lappel. Ahaha Lappel. Nyauu. geschützt aufs Maul Jungs die Riesel gekommen Novorin ich höre lieber zu singen ich hab's voll nicht drauf so worauf wartest du? hilf uns! ja natürlich jetzt auf einmal ne? war ja klar dann lass uns mal die Lage scannen ich kann auch Sachen werfen mein Freund fangen wir doch mal ganz hinten an aufzuräumen ich will da drauf ich will da drauf oh piepupu piep Nummer 1 also bewegt dich das ist das oh 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 ausbomben ups das war ein bisschen weit oh shit jaja alter okay das war ein bisschen älter als gedacht kannst du bitte einfach verrücken ja starko du sagst du komm schon schuldier doch komm schon schuldier doch komm ouch munition verbraucht what ach die kacke was ist das jetzt wohl anders regeln aber ich mein das geht ja auch haaa du bist runter gefallen so der nächste generator ist lange gelegt ja auch noch beschweren war ja klar ich hoffe für mich dass es euch gut geht so easy richtigen rum ja man ich weiß dann oh shit der ist noch nicht aus erstmal ein bisschen munition nehmen gut dass das nicht abgebrochen wird wenn man beschossen wird jetzt weiß es mir doch nicht jungs alter er antwortet auf eine shotgun mit einem Raketenwerfer das ist auch nicht schlitt small junge so haben wir es jetzt danke lege den generadalarm wird erledigt boss du kannst echt gut dinge kaputt machen ja danke du brauchst mich um aus dieser scheiße rauszukommen na gut wir brauchen einander ich wollte gerade sagen mein freund und und du machst das nicht zum ersten mal oder oh das ist eigentlich erschrocken Nolan der archenjäger ist hier und egal ob fehl was haben wir denn hier? Das ist der Anfang vom Inneren Oh, ein Dickerchen Kontakt Bum 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 Autsch Oh Mann Alter, ich bin aber auch blöd heute Kontakt Kontakt Jetzt kriegst du kleine Sacknase Zurück ZG Berger Zurück Kontakt Ja, ich kontakte ich gleich auch Kontakt Kontakt Ich werde dich finden Kontakt Was ist denn jetzt im Bucket? Boah das war es war das hat man geschafft du hast mir den arsch gerettet und dafür danke ich dir wenn du je in die antarktis kommst dann trinken wir nachher dass die antarktis ist in dieser version der welt so gesehen der garten ebenso alles andere ist so verseucht und keine ahnung was sobald ich das in erinnerung habe ist auch sehr lange her dass die serie gesehen muss ich unbedingt nachholen das lebe gerettet genau wie du das passt doch wir müssen doch sofort ok haut rein 1 noch richtig kuper etwas von mir aus sag ihm sag ihm die uhr läuft er weiß worum es geht alles klar nolan vorsicht mit dem stein kleiner die leute tun alles um ihn in die finger zu kriegen wirklich alles ja das hat man ja bei varus gesehen was machen wir jetzt mit dem ding leute diese frage wird sich uns wohl noch länger stellen denn da die mission vorbei ist ist auch die folge vorbei und ich hoffe wie immer ihr hattet spaß dabei weil ich hatte spaß dabei das zu zocken ich finde die quest eigentlich ganz cool auch wenn es meistens aufs gleiche hinausläuft töten und legons ausschalten oder anschalten aber naja ich mag es trotzdem sehr und guckt euch doch mal diesen nachthimmel an jungs und mädels und leute und überhaupt in diesem sinne bis zum nächsten mal ja schön dass du dabei warst ich hoffe es hat gefallen dass wir eine bewertung da und am liebsten auch noch einen kommentar und wenn du dann noch auf den abo button klickst dann sehen wir uns garantiert auch beim nächsten mal weil dann verpasst du auch nichts mehr wenn du die glocke dazu noch aktivierst alles klar haut rein bis zum nächsten mal